Ich mache das jetzt mal fürs YouTube Video. Ich cutte das dann rein. Also wer bei uns in der Liga mitspielen will, startet in einer Drittligist. Egal ob in Frankreich, England, Deutschland, was wir zur Verfügung haben, weil man sich rein arbeiten sollte. Mit jeder Season kann man eine Liga aufsteigen, wenn man dann aber auch die Liga in dem Sinne gewonnen hat. Dann könnt ihr Klub wechseln in eine höhere Liga. Das dient dazu, dass ihr nicht in die Liga reinkommt bei uns hier beim Football Manager und direkt BAM! Voll Faust, Festing und ihr habt dann keinen Bock mehr. Ich denke ich mal sollte logisch sein, ist dann ähnlich gehandelt wie beim IGP Manager. Das sind die also ist schon mal die grundlegende Regel. Spielen tun wir immer freitags und sonntags. Freitags eben halt für die eigentlichen Mittwoch Spiele und sonntags. Sonntags dann halt wirklich für die eigentlichen Samstag Spiele. Weil da sind eigentlich in meinen Augen immer die besten Zeiten. Auf Wunsch kann man natürlich sich auch noch mal verabreden. Ich werde mit Timo für den Football Manager eine eigene Region erstellen lassen, sobald wir genug Leute sind. Sprich auch mit den Social Feed hier mit Transfers und so. Ich denke mal das kann man irgendwie verknüpfen oder dass man das mit dem Copy-Paste mal eben übertragen kann. Da sollte es doch irgendeine Möglichkeit geben bzw ihr screenshotet das. fertig aus. Irgendwie sowas. Und dann würde ich mal sagen zählt nur noch Respekt und Spaß an der Sache. Dann werden wir Football Manager spielen. Also ihr könnt die PvE Matches so wie wir sie jetzt haben gegen die anderen Mannschaften die nicht besetzt sind könnt ihr schnell durchlaufen machen. Scheißegal. PvP Matches finden immer in Real-Time statt. Ich weiß nicht ob die sowieso in Full-Time sind oder in abgesprochen. Denkmalvoraussetzung sollte hier Full-Time sein. Fußball spielen. Ich kann mir das eigentlich ganz gut vorstellen wenn man genug Manager hier sind, dass ich mir dann hier das mal so aufbauen werde. Regelmäßig bei wichtigen Spielen habe ich hinter mir auf der Couch sitzt mit Chips und Co. und mir das Spiel von der Couch aus angucke. Während ich Discord hänge und so. Dass wir da mitquatschen und alles. Dass da eine Connection ist. Dann würde ich auf jeden Fall für uns dann auch andere Spiele von anderen Managern mit angucken. Ich denke mal das sollte auch irgendwie möglich sein. So viel zu den Regeln und jetzt viel Spaß in der Liga.